Dann, so, ich hoffe, das klappt jetzt hier mal wieder über Restream, mein Live-Video. Sieht gut aus. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zusammen. Ja, ich wollte mal hier noch was dazu erzählen. Warum bist du nicht die Frau, die alles hat? Die Wahrheit ist, du bist die Frau, die alles hat, aber du weißt es nicht. Du lebst es nicht. Du hast dir noch nicht erlaubt, diese Gedanken, diese Vorstellung, dieses Lebensgefühl für dich einzunehmen. Und das hat natürlich wahnsinnig viele Gründe. Wir alle haben viele Gründe. Ich habe so, so viele Gründe gehabt in der Vergangenheit, warum ich mir das nicht mal erlaubt habe zu denken. Ich war so gefangen in meinen Pflichten, in meinen Alltäglichkeiten, in dem ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch Vorstellungen. Ich muss doch das machen. Ich muss doch hier präsent sein. Ich muss doch, ich müsste doch, ich müsste doch. Und genau das sind diese Gründe, warum wir aus diesem alten Fahrwasser nicht rauskommen, weil wir alte Überzeugungen immer wieder neu und neu glauben und denken und uns so einschränken. Und das Programm, die Frau, die alles hat, erinnert dich eben an deine Wahrheit, an dein wahres Sein. Und du wirst daran erinnert, was eigentlich für dich wirklich in diesem Leben gedacht war. Es ist für dich gedacht, dass du eine Frau bist, eine reiche Frau. Und eine reiche Frau ist eine Frau, die reich ist, in Fülle ist, die nicht ein Mangeldenken hat, die nicht aus dem Standpunkt herausdenkt, wie kann ich besser werden, wie kann es mehr werden, wie kann ich endlich das haben, wie kann ich das erreichen, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich. Sondern eine Frau, die weiß, wer sie wirklich ist und weiß, dass sie alles schon hat, wenn sie es im Innen kreiert hat, wenn sie sich im Innen erlaubt hat, das zu fühlen, das zu erleben, dass sich das dann im Außen zeigt. Und dass es nicht darum geht, zu schauen, wo du gerade stehst, zu schauen, wie das Leben gerade ausschaut, zu schauen, was die anderen machen, zu schauen, was im Fernsehen gesagt wird, sondern dass es darum geht, nach innen zu schauen, was da gedacht wird, was da gefühlt wird, was da als wahr erachtet wird. Weil das ist dein Status Quo. Das ist das, was zuerst ist, bevor du es im Außen ziehst. Und ich weiß, es gibt hunderttausend Fragen jetzt noch. Ja, aber die anderen, ja, aber die Regelungen, das System, ja, aber die Gesetze und auf all diese Ja-Aber-Fragen habe ich natürlich wunderbare Antworten für dich. Und diese Antworten sind super, super wichtig. Die braucht dein Verstand, damit er etwas anderes zulassen kann, als das, was er bis jetzt gesehen, erlebt hat, kennengelernt und vor allem gelernt, erlernt hat. Wenn du deinem Verstand nicht die richtigen Antworten auf genau diese Fragen, dann wird er dich nicht unterstützen, in deine wahre Größe zu kommen, in deine Wahrheit zu kommen und dahin zu kommen, dass du tatsächlich die Frau bist, die alles hat. Also, die Frau, die alles hat, sie ist eine reiche Frau, sie vertraut sich selber, sie ist absolut selbstsicher und sicher im Außen. Sie weiß eben, wer sie ist, sie vertraut sich mit dem Leben, sie vertraut ihren Entscheidungen, sie vertraut dem, was sie will und sie weiß, dass das, was sie will, für sie bestimmt ist. Und diese Frau ist die Frau, die alles hat, die in dir lebt, weil du weißt es in Wahrheit. Du weißt es nur, du dir selbst vertrauen kannst und dass es nicht darüber geht, dass du jemandem im Außen zuerst vertraust, um zu lernen, dir selbst zu vertrauen. Du weißt, dass du eigentlich selbstsicher und sicher sein kannst, wenn du dir selbst vertraust. Und das ist so, 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 so wichtig, dass du das lernst, dass du aufhörst, im Außen das zu suchen, was du brauchst, um dich innen erfüllt, gefüllt, in Fülle zu fühlen. Und dass du diese Kraft in dir selber findest, dass diese Kraft in deiner eigenen Vorstellung von dem, was du wirklich bist, wer du wirklich bist, liegt. Dass diese Kraft darin liegt, dass du ein neues Denken an den Tag legen darfst, dass du ein neues Fühlen dadurch kreierst, dass du einen neuen Gefühlszustand, ein neues Lebensgefühl für dich kreierst. Und dass du aus diesem neuen Seinszustand dann deine Wünsche wirklich leicht, 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 leicht kriegen kannst, weil es geht nur um dich, was du dir erlaubst, wer du dir erlaubst zu sein und wie du dir erlaubst, die Welt zu sehen. Und dieser krasse, krasse Perspektivenwechsel ist notwendig. Er ist Voraussetzung für ein neues Leben, für neue Dinge im Außen. Du brauchst es so sehr, dass du dir nun erlaubst, neue Wege zu gehen und dass du dich vom Alten verabschiedest. Und ich könnte stundenlang darüber reden. Ich könnte dir stundenlang Storys erzählen von mir, von meinen Mentorinnen, von unseren Klientinnen, wo genau dieser Punkt stattgefunden hat, wo sie sich genau das erlaubt haben und sich ihr komplettes Leben verändert hat. Aber du musst dich zuerst verändern, bevor sich dein Leben verändert. Es gibt keinen anderen Weg und womöglich hast du schon genügend andere Wege gesucht. Und vor allem auch Wege gesucht, wo du andere beauftragt hast, dein Leben für sie zu verändern. Und es hat nicht geklappt. Andere, dass andere für dich das übernehmen, dass andere dir sagen, sie machen es für dich. Das geht so nicht. Der Einzige, die Einzige, die etwas bewirken kann in dir, in deinem Leben, bist du. Denn du bist der alleinige Schöpfer, Schöpferin deines Lebens. Du kannst andere beauftragen, dir zu zeigen, wie es geht. Aber wenn du es nicht schaffst, selber dort zu stehen, wo du gerne stehen möchtest, kann dich keiner dorthin bringen, dorthin prügeln, dorthin locken, dorthin motivieren. Das musst du alles selber machen. Und genau dazu bekommst du die Anleitung in unserem Programm, die Frau, die alles hat. Und jetzt, weil wir vorübergehend schließen, dieses Programm, weil wir dabei sind, eine geniale, geniale, zwei geniale Dinge für dich zu kreieren und zu ermöglichen, die aber teurer sind als 2640 Euro, wo es jetzt kostet. Die Frau, die alles hat Experience. Die Frau, die alles hat Experience, sind sechs Wochen für dich in dem Programm. Es sind sechs Wochen, wo du anfangen kannst, diesen Vibe zu spüren, was es heißt, selbst Vertrauen zu haben, selbst Sicherheit zu haben, selbst Liebe zu haben. Und dadurch dir selbst zu vertrauen, dir selbst den Rücken zu stärken und aus dir selbst heraus dein Leben zu kreieren. In allen Facetten, in allen Bereichen. Und sechs Wochen sind ein Anfang. Sechs Wochen sind eine Möglichkeit. Meine Mentorinnen, die haben so lange schon gearbeitet an sich. Und das ist deine Beschleunigung. Sie und ich, wir haben für dich vorgearbeitet. Du kriegst alles in einer absoluten Essenz vermittelt, für dich angepasst, wie es sonst nirgendwo zu haben ist für dich. Und vielleicht ist es nicht klar, was du hast. Du hast sechs Wochen Gruppencoaching, jeden Dienstag um 20 Uhr. Sechs Aufzeichnungen davon, die du während dieser Zeit aufarbeiten kannst, solltest, müsstest. Es wäre gut, wenn. Und das musst du nicht alleine tun, sondern du hast deine persönliche Mentorin an deiner Seite. Für Calls, für Textnachrichten, für Sprachnachrichten, für Fragen, für Unterstützung. 24 Stunden am Tag in dieser Zeit. Du bist nie alleine. Du bist immer begleitet. Und das Ganze für 2.640 Euro. Ja, ich muss einen Scherz machen. Aber ich mache keinen Scherz, weil ich dir diese Möglichkeit geben möchte, weil ich hier die Türen öffne. Genau für diese Menschen, die jetzt auf dem Sprung stehen, die jetzt die Schnauze voll haben und die jetzt sagen, ich habe schon so viel ausprobiert. Ich habe so, so, so viel ausprobiert. Ich habe sogar womöglich auch noch so viel Ausbildungen gemacht. Ich habe sogar womöglich schon so wahnsinnig viel Geld investiert. Ja. Aber das sind genau die Frauen, die letztendlich bei uns im Programm enden. Die wissen alles. Die haben schon so viel ausprobiert. Aber genau das, was wir dir beibringen und vermitteln, ist der Turning Point. Das ist das, was alles verändert. Und wenn du nur die Videos anschaust von meinen Mentorinnen und gerade das, was ich gestern aufgeladen habe auf YouTube und auch auf Facebook, sogar auf meiner persönlichen Page, nicht nur in meiner Gruppe, dann weißt du, dass das der Weg ist, dass das der einzige Weg ist. Ich traue mich zu sagen, das ist der einzige Weg, um wirklich diese krasse Veränderung in deinem Leben, in deinem Portemonnaie, in deinen Beziehungen und deinem Lebensgefühl und für deine Gesundheit zu erreichen. Also, ich habe angekündigt, dass es bis zum 6. August möglich ist, einzusteigen. Das ist aber leider ein Fehler, weil wir starten schon am Dienstag, den 3. August um 20 Uhr. Da startet das erste Mal dieser 6er-Turnus. Von mir aus kannst du auch später dazukommen. Der Preis wird sich nicht verändern. Dann hast du einen 5er-Turnus für den gleichen Preis. Aber wenn du natürlich alles mitnehmen möchtest, dann spring jetzt und melde dich jetzt an. Wenn du es nicht machst, worauf wartest du noch? Was willst du mit dem Geld tun? Was willst du mit deiner Zeit tun, wenn deine Zeit und deine Lebenszeit sich nicht gut anfühlt? Was möchtest du, wenn du nicht jeden Morgen aufstehst und sagst, Wow, was für ein schöner neuer Tag. Wow, was kann dieser schöne neue Tag mir bringen? Wow, was kann ich kreieren? Wow, was für schöne Erlebnisse kann ich für mich und andere kreieren? Wow, wie kann ich so schön und wichtig sein hier, wie ich es wirklich bin? Das sollten die Fragen sein, die jeden Morgen als allererstes in deinen Kopf kommen und nicht irgendwie so, Ah, heute muss ich das machen, heute muss ich das tun, Ah, nein, hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig und so weiter und so fort. Tu dir bitte diesen Gefallen, sei für dich da, melde dich an, die Frau, die alles hat, Experience. Es ist nur eine Experience, es ist der Anfang von was ganz, ganz Großem. Es ist der Anfang von dem großartigsten, Großen, was du für dich jemals getan hast. Das verspreche ich dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, an dem du für dich da bist, an dem du genau das tust, wonach alles schreit in dir, jede einzelne Zelle, an dem du genau das tust, wofür du hier bist, an dem du genau das tust, was dir Freude macht. In diesem Sinne, Happy Day wünscht dir Patricia von mywellfeeling.com.